hallo und herzlich willkommen zu diesem video ja ihr seht hier ich bin hier noch in meinem alten studio das letzte mal dass ich hier ein review aufnehmen hier hat alles angefangen ich glaube hier habe ich meine ersten reviews gemacht damals hielt ja hieß sie glaube ich noch film film check habe ich die film checken dann ich weiß es gar nicht mehr wo ich auch über mehrere filme meistens mal so drei vier filme geredet habe ja hier fing das an ja wie gesagt jetzt umgezogen videos dazu folgen alles noch wie gesagt jetzt soll das hier aber erst mal ja um black video gehen habe ich gedacht das machst du hier noch mal in diesem rahmen hier auf dem film junkie youtube kanal den es noch gibt gibt es auch viele reviews die ich hier gedreht habe ja anfangs noch hier war ja noch ein fernseher wurde noch die trailer liefen aber wie gesagt anderes thema kommen wir zu dem heutigen thema und zwar geht es um den film black video wo ich eigentlich schon wieder längst ein review machen wollte aber ich war auch ein bisschen erkältet und naja ist ja auch egal jetzt komme ich dazu ich weiß dass ich euch euch auch noch viele reviews schuldig bin Godzilla wird es kommen und so weiter kommt aber auch alles noch ein bisschen geduld aber wie gesagt kommen wir jetzt wirklich endlich zum thema und zwar geht es um den film black video der ja schon letztes jahr in die kinos kommen sollte zig mal verschoben wurde wurde jetzt hier so ein bisschen naja ins kino kam aber auch gleichzeitig bei disney plus erschienen ist oder gesagt ein tag später ist ja auch mal ein sehr merkwürdiger start ja black widow war ja so ja beide filme sollten letztes also was ist bei der film black video sollte letztes jahr erschienen erscheinen und wonder woman ja war ja so ein bisschen das marvel gegen die sie fand ich immer so wonder wo man kam schon raus hat uns völlig also vollkommen enttäuscht obwohl der erste wonder woman finde ich ein großer fan von von dem ersten teil ja jetzt mal gucken ob der black video das ganze besser macht ja wir haben hier wieder alle mann am start scarlett johansson hier als im black widow oder besser als natascha romanoff ja dann haben wir noch als ihre schwester florence ich weiß gar nicht nur wie sie ausgesprochen wird ja david harber als den red guardian rachel weiß als die mutter in anführungsstrichen ja und olga koljenko als den taskmaster her ja wie sagt ihr wisst ich bin nicht groß der 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 marvel comic nerd fan also ich kann da jetzt nur das urteilen was ich da sehe hintergrundinformationen über irgendwelche charaktere ob das jetzt alles so stimmt oder anders ist ich weiß bloß dass der taskmaster zum beispiel eigentlich ein sehr wortgewandter oder der vier redet und hier es hat sich ja in den ganzen film ich glaube ich so gut wie gar nichts das muss man so am rande wie sagt auf das gehe ich nicht so weit einig bewerte den film als ein ganz normaler zuschauer diesen film sieht ohne diesen ganzen drumherum kram zu wissen der zwar die ganzen maria film gesehen hat aber wie gesagt mehr sich jetzt nicht so groß die serie natürlich auch groß weiter interessiert dafür kurz worum geht es um diese geschehen um die in diesem film ja wir haben hier black widow wir spielen der film spielt so bei in der zeit um civil war muss das sein weil wir haben wir dieses abkommiert ist wie ist das nochmal so coffee abkommiert wo die avengers teilweise auf der flucht sind genauso ist black widow auf der flucht plötzlich wird sie aufmerksam über ein paket was sie bekommen hat wo was drin ist und sie verfolgt das stößt dann sozusagen auf ihre schwester wir sehen auch immer in rückblick ein bisschen was als kind passiert ist und ja komischerweise ist der rote raum sozusagen da wo die black widows ausgebildet werden sozusagen die die kinder entführt werden ausgebildet werden zu ja auftragskiller für die russen der existiert noch und sie macht sich halt auf die suche mit ihrer schwester oder besagt mit ihrer familie um ja dem ein ende zu setzen das ist so ganz grob die geschichte wir haben hier also ich habe schon lange auf einem film wie black widow gewartet also ich sage mal auf diesen charakter ich mag den charakter einfach scald johansson als black widow war immer super gewesen hat auch mal super in die filme so ein bisschen gepasst die war zwar manchmal so ein bisschen abseits ich mag ja auch die superhelden die so nicht so die extrem überkräfte haben ja wie captain america oder so ist für mich immer noch die besten marvel filme weil das ist mal so ein bisschen geerdet noch nicht so extrem übertrieben das sind halt teilweise noch ich sage mal so in anführungsstrichen menschen und das gibt immer interessantere ja für mich filme sage ich jetzt mal ganz ehrlich und hier black widow hat ja auch einen sehr guten ja hintergrund ja sie als natascha romanov ehemalige jahr ausgebildet als als auftragskillerin für die russen die dann die seiten wechselt also da gibt es ja viel wer sind ihre eltern und so weiter man kann da sehr viele sich ja ausspinnen gibt einen guten hintergrund geschichte über sie ja ja wo es viel zu erzählen gab und ja man hat eigentlich auf diesen film gewartet er kommt jetzt ich finde meinen an ein bisschen zu spät vielleicht sogar problem was ich mit diesem film habe ist einfach ja er hat einige probleme sagen wir es mal gleich mal vorweg als erst muss ich sagen die effekte sind grauenvoll teilweise also so die action wir haben coole action das will ich jetzt nicht abstreiten aber irgendwie wirkt das alles so extrem künstlich durch den cgi look irgendwie das sieht man irgendwie es wirkt weil sich einfach figuren unnatürlich bewegen fahrzeuge ja wenn der auto sich überschlagen das sieht alles so unnatürlich aus es liegt jetzt auch daran dass mir das so extrem aufgefallen ist wenn man jetzt diese großen blockbuster filme jetzt die letzten jahren ja seit fast einem jahr so was kaum noch zu sehen bekommt und man viele alte filme die jetzt wieder in 4k rauskommen wieder gesehen hat wurde noch viele handgemachte effekte waren und dann wirkt das jetzt irgendwie so extrem künstlich extrem unnatürlich und hat mich irgendwie so kalt gelassen diese action 10 ja auch so über den ganzen film weg waren die action 10 da war irgendwie jetzt nichts irgendwie so ich sage wow das hat mich jetzt so irgendwie übelst vom hocker gerissen das ist so ein punkt der zweite punkt ist dass gar nicht so wirklich die hauptrolle spielt so kommt anders vor es ist zwar ihr film aber irgendwie ist das so ein film der platz macht für diese florence perk die sozusagen die neue black widow irgendwie wahrscheinlich werden soll dass ja so ein übergangs film ist irgendwie dass man jetzt ist gerade die man sind weg und das merkt man irgendwie so und ich muss habe auch ein ganz großes problem mit dieser florence perk die ist ja eine gute schauspielerin die hat ja mehr so diese kleineren rollen oder ich sage mal anspruchsvoll anspruchsvolleren filme in letzter zeit gemacht wie mitsommer zum beispiel war sie dabei da war sie auch gut hier für mich persönlich funktioniert sie hier nicht so als black widow ich weiß kann ich nicht hundertprozentig sagen wieso das so ist es für mich ist so eine persönliche sache wer damit klarkommt der wird dem film bestimmt noch ein bisschen mehr mehr freude haben an den filmen aber ich habe da so ein kleines problem mit dass ich mit ihrem charakter also mit ihrer person so für mich passt diese person einfach nicht die ist für mich so sie hat irgendwie nichts besonderes an sich so von der ausstrahlung her sie ist ich will jetzt nicht irgendwie was was ja sie passt in anderen filmen sehr gut rein wo sie eine gute ausstrahlung hat hier als black widow irgendwie so da hat man dieses gar johansen die einfach so das hat irgendwie so gepasst und hier ist es irgendwie so durch ihre ausstrahlung ihre aura ihre ja und hier die andere das funktioniert nicht für mich als für mich hat es nicht funktioniert sagen wir es einfach mal so david harbour will ich hier noch vorher vorheben der wirklich hervorragend hier als red guardian funktioniert der wirklich ein paar gute lacher der witz hat ja auch sehr gut in diesem film funktioniert das ist ein sehr guter pluspunkt das ist ja bei marvel auch mal so eine sache dass er das nicht hinbekommt das hat funktioniert auch so ein bisschen diese rückblicken dass man ein bisschen mehr das menschliche so rein nimmt das hat auch wirklich sehr gut funktioniert das will ich dem film auch gar nicht abstreiten die geschichte an sich war ja auch nicht so verkehrt aber ich habe halt ganz große punkte ist halt diese action die inszenierung war halt schlecht die neue black widow sozusagen hat für mich null ausstrahlung das hat für mich auch deswegen hat es nicht funktioniert und ja wenn der film black widow scarlet johansen sozusagen ist dann hätte ich da mehr sie im fokus sehen hätte wollen das sehen hätte wollen ja im fokus ja das ist so meine meinung kommen wir zur wertung ich gebe dem film eine 2 von 5 er ist jetzt nicht schlecht wer mit florence berg da als als blick würde gut zurecht kommt kann da noch einen punkt mehr darauf geben dann wäre es vielleicht sogar eine 3 von 5 aber mehr einfach nicht weil die action auch sehr belanglos ist und für mich irgendwie nix naja der hat irgendwie nichts episches sonst hat immer so mal ein bisschen irgendwas episches aber hier irgendwie war da irgendwie nix selbst wie sagt der taskmaster fand ich als charakter ganz cool aber so richtig kam ja auch nicht nicht rüber ja was soll ich noch sagen ihr seht schon ich war nicht ganz rund mit dem film er ist gut er unterhält das will ich jetzt auf jeden fall nicht abstreiten wer die marvel filme alle gesehen hat und mag schaut den sich sowieso an und soll den sich auch anschauen alle anderen können ja mal zaghaften bild machen wie sagt man kann sich den auf disney plus anschauen es geht ja da auch ein bisschen so die manche kines boykottieren ja den film deswegen aber das ist wieder eine ganz andere geschichte aber darauf eingehen wollen wie sagt in diesem sinne will ich hier auch zum ende kommen ich schreibe mir gerne in kommentaren wie ihr den film so fandet oder sagt dem mensch was glaubst du da für eine scheiße ja schreibt mir auch in den kommentaren wieso ihr den film dann gut fandet in diesem sinne soll es aber auch wieder gewesen sein vielen dank für zuschauen und wir sind beim nächsten video bis dann ciao